Wunderschönen Abend, geschätzte Mitmenschen in Deutschland. Ich habe eine kleine Bitte oder eine Frage. Gibt es hier irgendjemand, der mich in Berlin aufnehmen könnte für die nächsten Tage? Die ganze Zeit, die Hotels, die sind nicht unbedingt so günstig. Und es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, weil sonst muss ich demnächst wieder nach Hause. Und ich möchte eigentlich sehr gerne morgen von Nürnberg Richtung Berlin aufbrechen. Also bräuchte ich eine Schlafgelegenheit für zwei, drei, vier Nächte. Es wäre sehr schön, wenn sich irgendjemand aus Berlin bei mir melden würde. Oder jemand von Deutschland, der jemanden kennt, der einen Schweizer aufnimmt, der extra aus der Schweiz wegen den Demos gekommen ist. Bitte meldet euch bei mir, oder am besten bei mir privat. Dankeschön.